Ein kleiner Defekt, hoffen wir, dass er trotzdem den Lauf durchführen kann. Und Oshina hätten einen hier, Simon startet Team Golden Sound auf L1 und der Christoph startet immer auf L2. Hier verbaut, im Typ von Golden Sound, zwei 46er-Wunfer von Type-to-Sounds an vier iPhonics Maximus-Netzstufen. Somit haben wir 40.000 Watt Silosleistung. So, 20 Sekunden. Musik Wir haben noch was für T-Wall von Oshihonga 2.0.8 und T-Wall von Oshihonga 2.0.2, so will ich hier in der Hunde T-Wall von Oshihonga 3.0.8.